Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft. Heute mal mit einem etwas anderen Texture Pack und zwar das John Smith Legacy. Und ich hab mir jetzt einfach mal vorgenommen, falls ich das ja so im Kopf behalte, jeden Part einen neuen, ähm, ein neues Resource Pack reinzupacken. Ja, komm, Liebe machen, der will Liebe machen. Na los, komm, der will Liebe machen. Der, der, der oder sie, ich weiß es nicht. Der will Liebe machen, komm. Der, 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 der oder mit ihm da. Komm, dann leck mich. Ha. Jetzt komm, macht Liebe. Na los, komm, boom, boom. Boom, boom. Hallo, boom, boom. Büm, bümchen. immer diese kühe heutzutage wollen nie mehr boom boom machen oder kein bübchen wenn habe ich das jetzt geben habe ich das wieder der kuh ergeben wenn ja fühle ich mich schlecht gegenüber den anderen und hier seht ihr mal kurz meine resource pack sammlung das default das runescape das other texture pack das conquest dark das dragon dance das good morning craft das hawk pack das john smith legacy das live 64 das mein lol das pampel musen texture pack das relaxing resource pack das spex das t 42 und das fn was das weiß ich nicht mehr ja ich bin doch etwas erkältet wenn man das hört aber ich versuche mich jetzt nicht mal so viel davon ablenken zu lassen also ich finde das komisch also ich hier die hacke ist etwas abgehakt aber die axt hat volle schwingen volumen das ist doch etwas unfair aber scheiß drauf ist mehr oder farm also ich finde das ja das john smith texture pack hat irgendetwas was mich magisch anzieht und nicht auszieht und die höhlen sehen auch etwas angenehmer aus finde ich diesen etwas brücke liegen runter noch gleichzeitig war ich ein look über dennoch ganz normal aus alter nee böse automatisch wo 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 ich warte wo 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 jetzt beeilt euch mal ich hab Ich hab noch viel zu tun. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Oh. Hallo. Hast du kein Aim? Ah, da bin ich echt kalt reingelaufen. Da auch noch. Na los. Springe ich halt auch mal etwas runter. Schadet ja nicht. Ja. Wo bin ich jetzt nochmal hergekommen? Ich glaube hier, oder? War hier nicht der Creeper explodiert? Ja. Ah, hi. Spinne. Tschüss. Oh, hi. Ich hab nicht mehr gesehen, Güter. Ach, komm. Du kannst mir auch mal am Arsch vorbeigehen. Du hast ja all die Jahre lang nicht mehr um mich gekümmert. All die Jahre bin ich ohne Vater aufgewachsen. All die Jahre war ich ohne ihn durch die Welt gestreift. All die Jahre hat er sich nicht für mich interessiert. All die Jahre. Wir stellen hinten ein Skelett. Ah. Nein. Nicht mit mir. So, das könnte ich ja mal kurz eine Kuh abschlachten. so rum lauf nicht um nein sorry etwas verrückt wilde kuh ein kind klein gett alarm also böse ok da unten sich schon mal nichts bedrohliches oder jetzt wird hier mal wieder was gebraten nachdem ich da meine paar eisenbarren ausgetan habe und dann da kurz das rohe rennfleisch eingetan so jetzt würde ich mal sagen wird es für die ernte ist es hier schon ja das ist glaube ich schon das volle ausmaß was man hier erreichen kann gut alles alles tut die foto hier im wald ja alles so die froh die das heißt ich kann jetzt schon mal reingehen kurz mein und mich dann mal kurz ins bett legen gut da bin ich ja wieder kuh im türrahmen guck nicht so kusch ab nito nada bye bye tschüss kopf weg kopf weg okay musst du halt auch sterben okay dafür jetzt ein weizen für ein weiteres zeugen von 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 baby kühn also würde ich mal sagen ich verfasse ein bisschen knochenmehl und dann fahr mich mal ein bisschen ach so ist das volle ausmaß davon jetzt habe ich fünf samen wo 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 mal viel, aber trotzdem geht es mir einfach auf den Pisser. Also, jetzt ist es wieder Zeit für die Fütterungsstunde. Los, lieber machen. So schnell geht das. Sind wir ja schon mit 9 Monate rum. Obwohl ich gar nicht weiß, wie lange die Schwangerschaft bei Kühen dauert. Muss ich das wissen? Ich glaube mal nicht. Wie sieht das denn jetzt hier mit dem Glas aus? Oh, das ist ja durchsichtig. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht, erkältet zu sein. Moment. Da schlage ich mal kurz mein Mikrofon. Ich wollte kurz etwas umpositionieren, so dass man mich vielleicht etwas besser hört. Könnte ich das Gras nicht irgendwann mal wegschmeißen? Ah, Kartoffel, 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 Kartoffel. Lang habe ich drauf gewagt. Jetzt ist die Kartoffel endlich weg. Ja, was jetzt? Also, ich werde jetzt ja erstmal fürs Ausbauen um dieser Fläche hier. Aber der Film halt diese ganzen Samen zu. Ich bräuchte dafür. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 34 Und einen habe ich jetzt schon mal bekommen Aber die müsste ich dann ja auch wieder dafür verwenden Die wieder hier hinzusetzen Also das ist irgendwie komisch Komisch aber irgendwie auch genial Ich weiß jetzt was ich machen wollte Ich wollte jetzt erstmal hier auf Expeditionen gehen Und zwar wo ich hier noch überall Diamanten finden könnte Aber ich würde mal sagen Das mache ich im nächsten Part Ich werde jetzt mal hier eine Art Checkpoint Oh, 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 Günther Nein, 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 nein Ich würde jetzt erstmal die Monster ausstellen Ich würde jetzt Oh Ich muss mal kurz regenerieren Dann würde ich mal sagen War es das für diesen Part Ich hoffe er hat euch gefallen Wie immer hoffentlich Wenn ihr mehr sehen wollt Könnt ihr das ganz einfach zeigen Durch einen Daumen nach oben Einen positiven Kommentar Oder einen negativen Wenn ihr konstruktive Kritik abgebt Wenn ihr so einen Scheiß reinschreibt Wie Ich mag dich nicht Oder fick dich ins Knie Darauf werde ich gar nicht erst eingehen Und dich dann sofort blockieren Also ich würde dann mal sagen Bis zum nächsten Part Ähm Der Höchstwahrscheinlich Jetzt zwei Stunden später kommt Und Lol Was ist das für ein Rohstoff Kohle, oder? Ja, Kohle Hey, das sieht bei mir irgendwie etwas komisch aus Hoffentlich Sieht es in der Aufnahme noch ganz normal aus Also Ja, würde ich mal sagen War es das jetzt Bis zum nächsten Mal Wartet Gleich habe ich es Mit der Abmoderation Gleich habe ich es Gleich habe ich es Ja, ich habe es gleich Ja 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 Ich habe es gleich Ja 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 Ich habe es gleich Ja 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 okay ich hab's bis zum nächsten mal tschüss